Hallo Leute, hier ist wieder eure Bella und gestern hat der SSO einen neuen Teaser zum Reitsportfestival gepostet, das tatsächlich schon morgen ins Spiel kommen wird. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich bin schon richtig gespannt. Und bevor ich weiter vor mich herlabere, schauen wir uns jetzt gemeinsam den Teaser an. Let's go. Oh mein Gott. Halt, stopp, stopp. Oh Gott, die Musik ist so laut. Hoppala. Ja, ein bisschen hören möchte ich das schon, aber ich möchte auch keinen Musikclaim bekommen. Irgendwie habe ich beim letzten Mal immer wieder Musikclaim bekommen beim Teaser Musik. Egal. Okay, ich habe sie jetzt ein bisschen leiser gemacht. Okay. Okay. Jetzt geht es los. Okay, schon besser. Oh mein Gott. Oha. Oha, der Teaser ist schnell. So schnell kann man ja gar nicht gucken. Boah, ja. Equestrian Festival, Reitsportfestival. Oha. Das wird so schnell. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Um Gottes Willen. Das, was ich sehe, gefällt mir richtig gut. Ach du heilige Mutter Gottes. Okay. Sehr kurz, aber oh mein Gott gab es da viel zu sehen. So, Halleluja. Erstmal muss ich hier die Qualität, äh, nicht die Qualität runterschrauben, die Wiedergabegeschwindigkeit ist es ja. Äh, ist das jetzt langsam? Ne, das ist schneller. Ne, nicht die Qualität. Oh Gott. Ich bin Technik, ey, das ist ja. So, jetzt ist es aber langsam, oder? Ja, okay, da mache ich jetzt aber mal den Ton aus, sonst klingt das schrecklich. So, okay. Wir sehen hier auf jeden Fall schon mal die Farben des jeweiligen Festivals, ne. In einem, ja, dunklen Smaragdgrün und in einem sachten, seichten Rosa. Also so Smaragdgrün und Rosa. Ist eine sehr, sehr schöne Farbkombination. Sieht sehr harmonisch aus. Gefällt mir sehr gut. Und oh mein Gott, dieses Set. Das habe ich ja schon, oder wir haben das ja schon auf dem Bild, äh, auf, ähm, auf dem Bild gesehen, dass, äh, Starstab auf Instagram gepostet hat, ne. Sag mal, das Set ja auch schon von vorne gesehen. Sehr schön. Oh mein Gott. Ja gut, der Helm, sag ich mal, und der Sattel hier, das ist ja so ein, so ein braun-goldenes Zeug, sag ich mal. Das haben wir ja tatsächlich schon im Spiel. Aber hier, dieser Frack und ich sehe hier einen Knoten. Haben wir schon so eine Frisur im Spiel, oder ist die neu? Ne, wir haben doch so einen Zopf, oder? Sieht aus wie eine zugebundene Frisur. Mit so einem Dutt. Ah ne, ein Dutt ist ja eigentlich oben. Keine Ahnung, ist das neu, oder ist das nicht neu? Ich glaube schon. Kann sein. Na gut, egal. Aber das Oberteil, dieser Frack, oh mein Gott. Dieser leicht cremefarbene, goldene Frack. Das sieht fast aus wie das Sahne-Karamell-Outfit. Ich raste aus. Ist genau meins, ist genau meins. Okay, hier sehen wir wieder was. Oh, der Teaser ist so schnell, ne? Ähm, ja, hier sehen wir ein Häuschen. Dazu hat Starstabler, glaube ich, irgendwas wegen Raptor, glaube ich, geschrieben. Also Raptor spielt tatsächlich bei dem Event auch irgendwie eine Rolle. Keine Ahnung, hier hinten sitzt wieder die Baroness. Hier sehen wir auch diese wunderschönen, äh, ja, Schleifchen. Und in den, ja, grün-rosa-cremefarbenen, silberfarbenen Farben. Auf jeden Fall wunderschön. Sehr, sehr schön. Gefallen mir sehr, sehr gut. Voll schön. Ja, hier sehen wir die Sicht vom Häuschen in drinnen. Wahrscheinlich, weil hier Raptor dann irgendwie singen wird oder seine Musik auflegen wird. Ich hab keine Ahnung. Das kleine Häuschen spielt auf jeden Fall eine etwas größere Rolle, so wie es mir scheint. Ja, die Dressur-Arena. Och, das sieht so schön aus, oder? Guckt euch mal dieses Bild an. Mit den Farben und den Ballons. Das sieht schon sehr geil aus. Aber der Jorgik-Stall braucht auf jeden Fall einen neuen Anstrich. Ja. Genau. Das, das auf jeden Fall. Ja, da sehen wir eine Tribüne mit NPCs und Charakteren. Und da sind das auch NPCs. Aber die NPCs sehen ja eigentlich aus wie unsere Spielercharaktere. Obwohl, die zwei, die zwei NPCs in Hollywood, die sehen auch aus wie unsere Charaktere. Sind aber auch NPCs. Also, es könnten Spieler sein, es könnten aber auch NPCs sein. Egal. Weiter geht's. Ja, Baroness, die war ja letztes Jahr auch schon da. Die saß da auch schon rum. Und dieses Jahr ist auf jeden Fall auch wieder so weit. Also, wir müssen bei ihr, glaube ich, eine Punkteleiste vollkriegen. Also, wir müssen, glaube ich, jeden Tag in der Dressur-Arena eine Dressur-Kür absolvieren. Wenn wir das erfolgreich geschafft haben, kriegen wir, glaube ich, eine Punkteleiste hier bei der Baroness. Und wenn die voll ist, kriegen wir, glaube ich, eine Schleife. Das war letztes Jahr auch schon so. Aber ich glaube, das ist dieses Jahr eine komplett andere Schleife. Das ist sozusagen eine Schleife zum Sammeln. Gibt's auch nur offiziell zum Reitsport-Festival. Kann man sich, glaube ich, auch nicht nachkaufen. Und hier, meine Damen und Herren, sehen wir ein neues Pferd. Beziehungsweise eine, in Anführungsstrichen, alte Rasse mit einer neuen Farbe. Das ist ein Lipizzaner, ein Apfelschimmel-Lipizzaner. Mit schwarzem Langhaar und schwarzen Beinen. Sieht hübsch aus, ist aber tatsächlich gar nicht so meins. Nee, ist wirklich nicht so meins. Und hier sehen wir auch nochmal das komplette Set. Oh mein Gott, es sieht so schön aus, ne? Aber wie gesagt, so braune Schuhe, brauner Helm, brauner Sattel, braunes Zaumzeug mit Gold dran. Das haben wir ja schon eins, zweimal im Spiel. Das ist jetzt nicht so besonders. Was aber besonders ist, ist wie gesagt, das Oberteil. Oh, passen natürlich die Decke, ne? Auch so in Cremegold. Und auch die Gamaschenbandagen. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Was ist denn da los? Mir fällt gerade was auf. Auf dem Bild von Instagram haben wir Bandagen gesehen. mit Gold hier oben und unten. Das haben die hier aber nicht. War das ein Fehler? Oder sind das verschiedene Gamaschen? Kann man verschiedene kaufen? Kann man mehrere Gamaschen kaufen? Kann man auch mehrere Satteldecken kaufen? Das wäre natürlich mega geil. Also nicht nur so eine Dressurdecke, sondern vielleicht auch eine Springreitdecke? Und vielleicht auch so ein cremefarbenes Oberteil, nicht in Dressur, sondern in Spring. Oh, das wäre cool, oder? Wenn es ja von verschiedenen Varianten gäbe. Ich hoffe. Also dem Teaser und dem Bild nachzuurteilen gibt es auf jeden Fall verschiedene Gamaschen. Egal, wir machen weiter. Die Frisur verwirrt mich. Ist die jetzt nur neu oder nicht? Ich weiß es nicht. Aber wir haben doch kein Dutt. Oder haben wir schon? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade total lost. Ja, hier sehen wir nochmal den neuen Libizaner mit dem komplett neuen Outfit. Und es sieht so gut aus. Ich liebe das Set. Ich liebe das wirklich. Aber der Libizaner ist tatsächlich nicht ganz so meins. Muss ich zugeben. Er ist hübsch, ja. Aber er ist tatsächlich überhaupt nicht mein Pferd. So, wo geht es denn hier weiter? Hier geht es weiter. Ja, da sehen wir wieder den Streichelzoo. Den gab es ja letztes Jahr schon. Ist das auch neu? Ja, ne? Das Jeansopartei ist neu. Ja, da haben wir natürlich Sabine. Die war letztes Jahr auch schon da. Und das Jahr davor auch. Und dieses Jahr ist die auch wieder da. Ach, die beiden sehen schon mega cool aus, oder? Karin und Sabine. Die zwei sind schon... Genau, hier müssen wir wieder die Schweinchen einfangen und zurückholen. Diese Quest gab es ja letztes Jahr auch schon. Oh, hier haben wir einen Andalusier. Den gibt es auch nur zum Reitsportfestival zu kaufen. Das ist, glaube ich, der Andalusier Bugskin. Ja, den könnt ihr euch auch zum Reitsportfestival kaufen. Auch ein sehr hübscher Hübschi. Ja, das ist auf jeden Fall neu. So, und hier haben wir natürlich auch etwas... Ja, also... Ja, eine Veranstaltung beim Moorlandfestgelände. Also da ist auf jeden Fall auch was für die Nicht-Star Rider dabei. Und nicht nur für die Star Rider beim Jobbik-Stall. Hier sehen wir zum Beispiel auch zwei Araber. Die gab es aber tatsächlich letztes Jahr schon zu kaufen. Hier haben wir so einen wunderschönen Fuchs-Araber. Und hier haben wir den Rabicano-Araber. Die gab es letztes Jahr auch schon. Also das ist tatsächlich nicht neu. Hier gibt es die ganzen Shops. Hier stehen zwei Pferde. Sind die auch neu? Ich weiß es nicht. Glaube aber nicht. Hier gibt es wieder Bonnie. Hier gibt es einen Kleiderschrank. Hier gibt es einen Shop. Hier gibt es auch wieder einen Shop. Oh mein Gott, hier gibt es so viel. Hier gibt es wieder so viel. Da hinten sehen wir die zwei Araber. Total süß. Der Springbrunnen ist toll. Oh, hier sehen wir ein Eichhörnchen. Das können wir auch kaufen. Das gibt es, glaube ich, auch nur zum Reitsportfestival zu kaufen. Das gab es letztes Jahr auch schon. Da habe ich mich tatsächlich geärgert, dass ich mir das nicht gekauft habe. Weil ich das echt süß finde. Es hat eine richtig schöne Farbe und schöne Augenfarbe. Aber ich glaube, es war auch sehr teuer. Oh mein Gott, ja. Ja. Ja, ja, ja. Sowas von ja. Oh mein Gott. Dies Pferd. Es ist ein... Ich dachte tatsächlich erst, es wäre ein Dunkelfuchs. Ist aber kein Dunkelfuchs. Wenn es ein Dunkelfuchs wäre, hätte es auch eine dunkelbraune Mähne. Hat es nicht. Es hat aber eine schwarze Mähne. Ich glaube, das ist ein brauner. Ein dunkelbrauner Schecke. Dunkelbrauner Schecke KBPN. Ist ja auch wurscht. Es sieht wunderschön aus. Wirklich. Und das Set. Oh mein Gott. Dieses blümige Set. Ich raste aus. Ist das süß. Oh, ist das süß. Oh mein Gott. Es hat sogar hier diese Blümchen an der Trense. Und die Satteldecke. Oh mein Gott. Die Satteldecke ist genau dasselbe. Oh mein Gott. Also ich brauche auf jeden Fall mindestens das Kleid, die Satteldecke und die Bandagen. Das kann man wenigstens mit allen möglichen kombinieren. Also das ist zuckersüß. Zuckersüß brauche ich. Also die drei Sachen und das Pferd natürlich. Das brauche ich auf jeden Fall. Das werde ich mir sowas von holen. Oh mein Gott. Süß. Ja, den Rabicano Araba, wie gesagt, gab es letztes Jahr und vorletztes Jahr schon. Der ist auf jeden Fall nicht neu. Aber das Set ist neu. Das Set ist auf jeden Fall neu. Das ist so richtig peachy. Peachy mit solchen Rauten, oder? Oh Gott. Süß. Hier wieder genau dasselbe. Ich brauche die Gamaschen. Ich brauche die Satteldecke und ich brauche dieses Oberteil. Weil den Rest kann man, wie gesagt, miteinander kombinieren. Mit anderem Zaumzeug. Mit braun, mit weiß, mit schwarz. Geht alles. Hauptsache man hat eine Satteldecke und Bandagen. Aber die Hose ist auch süß. Och Mann, da gibt es so viele schöne Dinge. Oh mein Gott. Ja, hier haben wir das, was wir schon die ganze Zeit gesehen haben. Dieses braun-creme-farbene. Wunderschön. Brauche ich. Wie gesagt, ich brauche mindestens das Oberteil, die Satteldecke und die Gamaschen. Oh mein Gott. Ich brauche so viel. Oh mein Gott. Ich brauche so viel Hilfe. Hilfe, es hört nicht auf. Wirklich nicht. Ja, und das Set ist wirklich neu. Das Set ist neu. Ja. Gut, so eine blaue Schlaghose gab es aber, glaube ich, vorher auch schon im Set. Jedenfalls so ähnlich. Vielleicht ein bisschen dunkler. Aber das Jeans-Oberteil ist richtig süß. Und natürlich passen noch die Cappy dazu, in weiß und blau. Schön. Ich glaube, hier werde ich mir auch das Oberteil holen. Das ist schon süß. Das ist schon cute. Oha. Eine neue Farbe. Das ist, das ist aber, doch, das ist auch ein KWPN. Das ist das zweite KWPN. Das stimmt. Wir haben eine neue Libizaner-Farbe und zwei KWPN. Das ist kein Safe-Rose. Nee, würde mich auch unnommen. Dafür ist das auch zu neu. Nee, ist ein KWPN. Ein Schimmel-KWPN. Hä? Da haben wir nicht schon eine Schimmel. Warte mal. Das sieht aber auch so komisch aus. Warte mal. Hat das eine leichte Schäckung im Fell? Seht ihr das? Könnt ihr das im Video erkennen? Wenn nicht, guckt euch selber mal bitte den Teaser an. Hat der Schimmel... Ist das so ein Grauschimmel? Hat der eine leichte Schäckung? Guckt euch mal bitte selbst, wenn die Qualität hier in meinem Video nicht ganz so gut ist. Oder ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Das ist doch eine Schäckung hier bei dem. Das ist doch so ein leichter Grauschimmel mit einer Schäckung, oder? Oh mein Gott, ich brauche ihn. Wenn es ein Fleckenpferd ist, brauche ich den auch. Was ist das? Das ist aber keine Schattierung oder so. Also ich bin doch nicht blind, oder? Ich gucke doch nicht blöd. Oha. 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 Und warte mal. Dieses schwarz-weiße Set? Aber das Set ist doch ein Alt, oder? Ich weiß, dass es letztes Jahr zum Reitsportfestival auch schon so ein schwarz-weißes Set gab. Aber ist das jetzt ein anderes, oder ist es dasselbe? Bin mir da tatsächlich bei dem Set gerade nicht so sicher. Ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung. Egal, ob es alt oder neu ist. Das Set ist auf jeden Fall auch ganz cute, muss ich sagen. Aber das ist doch... Das ist wirklich ein Schimmelschecke. Ist das der aller, allererste Grauschimmelschecke, den wir im Spiel haben? Ah, das ist ja... Ist ja süß. Und was mir auch noch auffällt, das ist auch neu. So das neue Set, was jetzt erst letzte oder vorletzte Woche ins Spiel reingekommen ist, ne? Mit so einem grünen Ton und einem orangenen Ton. Und ich habe auch noch gesagt, ich würde mir das Set kaufen, wenn es eine andere Farbe hätte, ne? Und jetzt ist es in Blau reingekommen. Aber ich glaube, von dem Set würde ich mir höchstens hier den Helm kaufen, weil ich diese Bommel da oben so wahnsinnig süß finde. Oh Gott. Oh Gott, meine Starcoins, meine Schillinge. Oh Gott. Also so wie es aussieht, werden es tatsächlich zwei Pferde sein. Nicht nur das eine. Zwei. Oh mein Gott, das ist so schön. Hilfst du, ich raste aus. Oh mein Gott. Ja, und dann... Hier werde ich mir was davon holen. Hier werde ich mir ein bisschen was davon holen. Hier werde ich mir ein bisschen was davon holen. Hier werde ich mir das Oberteil holen. Hier werde ich mir den Helm holen. Um Gottes Willen. Mein Geld. Meine Starcoins. Himmel, Herr, Gott, Hilfe. Und warum ist jetzt die Qualität so schlecht? Achso. Das geht von SSO aus. Oh mein Gott. Okay. Na gut, kommt hier eigentlich noch was? Das ist irgendwie so... Aha. Ah ja, okay. Ach nee. Hä? Warte mal. Ja, das ist... Wer das sein soll, das weiß ich. Das ist Raptor. Davon hat Starstable auch in den News geschrieben. Aber Starstable hat auch in den News geschrieben, dass die den neu machen, oder? Die haben doch... Wartet mal. Ich muss jetzt mal ganz kurz hier auf mein... Auf mein Smartphone zurückgreifen. Und mal ganz kurz die Starstable News lesen. Und die Roadmap. Und mal gucken, was da stand. So, Bight of Jorvik. Moment. Ähm... Comeback. Genau, Comeback. Am 17. April. Also, Raptor kommt wahrscheinlich erst am 17. April zum Jorvik-Stahl. Und hier steht, verbessere deine Tresor-Reitfähigkeiten mit einer anderen Routine in der Nähe des Jorvik-Stahls. Jemand war eine Weile lang weg und ist jetzt bereit, wieder ins Rampenlicht zu treten. Mit einem neuen Namen, der den Kindern gefällt, läuft er in seinem neuen... Ach so, nur mit einem neuen Namen. Ach so, ich dachte, die ändern auch sein Aussehen. Nee, er war weg, Raptor. Ist klar. Erkennt man auch an seiner grauen Schlaghose und an den, ja, violett-goldenen Schuhen. So sieht er ja aus. Ihr könnt ja gerne mal ins Jorvik-Shopping-Center gehen. Da hängen, glaube ich, noch Poster von Raptor. Und auf den Postern sieht man, glaube ich, auch diese graue Schlaghose und diese komischen, bunten Schuhe. Ja, und wie man hier im Teaser sehen kann, Raptor ist auf jeden Fall nicht neu gemacht. Das ist immer noch der alte Raptor. Okay, ja, also mit einem neuen Namen, der den Kindern gefällt, läuft er in seinem neuen Rhythmus. Gut, also heißt er nicht mehr Raptor. Er heißt anders, wie er heißt, wissen wir noch nicht. Und er macht neue Musik in neuen Rhythmus. Also neues, neue Musik, neue... Oh Gott, was werden mir denn hier für Videos vorgeschlagen? Okay, krass. Oh, die KBPNs sind so schön. Oh Gott. Ja, okay. Okay, also Raptor bekommt neuen Namen mit... Ja, vor allem einen Namen, der den Kindern gefällt. Welcher Name könnte den Kindern gefallen? Läuft er in seinem neuen Rhythmus? Hm, klingt für mich wie, als würde er halt neue Songs machen. Na gut, das ist alles tatsächlich ein bisschen verwirrend, aber wir werden es ja spätestens am 17. April sehen und hören, was er für Musik mitbringt, wie er heißt und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, das Aussehen. Man sieht es im Teaser, sein Aussehen ist immer noch das Alte. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich finde die... Wieso wird mir denn immer Rezo hier vorgeschlagen? Ähm, ja. Also, neue Outfits, neue Pferde, neue Musik. Die Events an sich sind tatsächlich die gleichen, weil wir haben hier, wie gesagt, wir haben hier Dressur. Wir haben hier die Aufgaben, die wir bei der Baroness machen können. Aber das Häuschen ist auch neu, was hier an der Seite steht. Ich glaube, so ein Richter-Häuschen oder so ein Jury-Häuschen gab es letztes Jahr nicht. Das haben sie auf jeden Fall auch neu platziert. Wahrscheinlich, weil dann da die neue Musik irgendwie von, in Anführungsstrichen, Raptop gespielt wird. Hinten haben wir, wie gesagt, den Streichelzoo. Genau, also die Dressur scheint nicht neu zu sein. Ist genau dasselbe wie letztes Jahr. Streichelzoo ist neu. Quest mit Sabine ist, denke ich mal, auch die Alte. Die Schweinsquest ist die vom letzten Jahr. Das beim Morlandfestgelände, das ist auch dasselbe wie letztes Jahr. Also eigentlich, also ich glaube, von den Eventsachen generell ist es genau das gleiche wie letztes Jahr. Nur neue Pferde, neue Klamotten und eventuell auch neue Frisuren. Bin ich mir aber, wie gesagt, nicht sicher. Aber ich glaube, wir haben so ein Tutten. Wir haben nur so kleine Pferdeschwänze hier hinten dran. Ich glaube, ja. Na gut. Egal. Auch wenn die Frisur neu wäre, ich glaube, meine ist es nicht. Ja gut. Okay, ja, so viel dazu. Jetzt habe ich schon, oh mein Gott, die Aufnahme geht schon wieder so lange. Ich habe 20 Minuten über einen 32-sekündigen Teaser gelabert. Wenn ihr mein Video bis hierher geschaut habt, ähm, schreibt mal bitte Hashtag Schäckenschimmel in die Kommentare, weil ich den hier jetzt so sehe. Hashtag Schäckenschimmel an alle, die mein Video bis hierher geguckt haben. Ich bin echt mal gespannt, wer von euch das macht, wer mein Video bis hierher wirklich durchgezogen, durchgeguckt hat und auch den Kommentar schreibt. Ihr kriegt ein ganz, ganz großes, dickes Herzchen von mir. Ja, äh, mega krass, mega cool. Ja, ähm, was sagt ihr dazu? Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Auch wenn es zum größten Teil dasselbe ist wie letztes Jahr. Ich freue mich trotzdem, weil die Quests und die Aufgaben sind trotzdem sehr, sehr schön. Das Feeling ist toll. Man ist relativ selten beim Jovic-Stahl. Ja, jetzt wird es wieder auferlebt und ich, ich finde es cool. Mir gefällt es und ja, jede Woche kommt jetzt was Neues dazu. Ich finde es toll. Ist in Ordnung. Ich freue mich. Freut ihr euch? Ich hoffe doch, schreibt es mir in die Kommentare und nicht nur den Hashtag. Und einen Daumen nach oben darüber würde ich mich auch sehr freuen. So, das war es aber von mein Gelaber. Ich freue mich und ja, ich hoffe, dass die Teaser-Reaktion, die etwas lange Teaser-Reaktion, hat euch gefallen und unterhalten. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video oder im nächsten Live-Team wiederhören werden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich morgen zu einem Live-Stream. Also macht's gut. Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.